Ich bin in der Schulstraße, Ecke Rohrkauf. Ich glaube, da gibt es ein glanztechnisches Problem. An Verkehrswidrigkeit kann es auch sein. Ich versuche zu helfen. Halt dich fest, jetzt geht's... Aussteigen! Was gibt es jetzt schon wieder? Aussteigen, habe ich gesagt. Führerschein, bitte. Hast du nicht gehört? Deinen Führerschein brauche ich. Herr Süß, die Fahrerlaubnis ist abgelaufen. Dreimal vor und durch dich hinterm Lenkrad. Hey, aufgepasst. Ich schlage vor, du magst dich vom Acker. Und nervst nicht andauernd. Ich kenne ein paar einflussreiche Leute. Und ich meine einflussreich. Gibt es ein Problem? Eigentlich nicht. Der Führerschein ist bloß abgelaufen. Und dreimal ist er mit Drogen am Steuer erwischt worden. Alles unter Kontroll. Hey Leute, das wird langsam langweilig. Wie viel wollt ihr denn? Kommt schon. Wie viel soll ich zahlen? Sagt mir einen Betrag. Ruf einen Abschleppdienst an. Was? Abschleppen? Das gibt es doch nicht. Abgeschleppt wird beim ersten Mal. Du bist schon das vierte Mal erwischt worden. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich nicht schuldig. Ich habe gewusst, dass er das sagt. Warte mal. Was wird das jetzt? Granaten. Granateneinstellung. Nein. Viel Spaß noch beim Fahren. Du hast halt ein Gefühl. Spaß immer. zur excel. Junge. Vielen Dank.